Dann geht's auf. Zum Luftschiff. Aerodrome. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Hm. Qualität. Ich bin fast tot, merke ich gerade. Hier liegt übrigens noch ein Lockpick rum. Und Kohle. Und wir sind gleich da. Komm. Noch ein Stückchen. Good dog. So. Gondola. To. Pin. Erschüpf. So. Raus hier. Na ja. Jokjoki. Haben wir jetzt genug von. Schokorügel. Im Mülleimer fressen wir natürlich sofort. Ach guck mal, die sitzt erstmal auf die Bank. Sehr interessant. Für ihre Sicherheit. Für ihre Sicherheit. Oh ne. Oh ne. So. Oder um. So. Noch einer. Was? Boom. Da hinten ist noch einer. Boom. Und das dürfte es gewesen sein. Mit den guten Leuten. So, Muni haben wir noch relativ genug. Der einzige. Ja, Gesundheit. Oh, aber. Genau. Das braucht ich. Ein Verkaufsautomat haben wir ja auch noch. Munition, Munition, Präzision, tralala. Können wir noch irgendwas durchsuchen. Hier liegt noch eine Schrotflinte. Und dann einen Tisch. Ich hab Geld gefunden. So, was macht der Typ hier? Ach genau, das hatten wir. Hier. Noch ein bisschen Kohle. Dankeschön. Hm. Der freut sich nicht mal richtig. Über das schöne Geld. Und hier ist auch immer nur das gleiche. Pistole. Präzisionsgewehr. Schadensboost. Bringt, glaube ich, nicht viel, weil diese Personen mit einem Schuss tot sind. Also die meisten Gegner. Daher würde ich mal sagen, es lohnt sich nicht. Ah, und ich hab jetzt eine, eine Kinetoskop hier. Ach, wie heißen die Dinger? Kinetoskop. Hab ich vorhin eins vergessen. Gucken wir uns das mal jetzt an hier. Zack. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Jo. Das geht nochmal. Eine sehr schöne Darbietung. Und hier sieht man nochmal das Luftschiff. Als Miniatur. Sieht richtig cool aus. So, Lady. So, Leichendurchsuche machen wir auch mal ganz kurz. Hm. So, und dann hoffe ich mal, wir kommen hier weiter. Knopf drücken. Push. So. Man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die hatten einen Propheten in ihren Reihen. Haha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. So, auf ins Luftschiff. Wer steht denn da? Eine schöne Statue. Ah, eine Infusion. Und ich nehm diesmal Gesundheit auf jeden Fall. Davon kann ich nicht genug haben. So, sonst noch irgendwas. Einen Silberbarren, genau. Noch ein... Die ganze Kohle klauen wir auch mal. Warum ist hier überhaupt keiner? Ähm, Konsole benutzen mach ich mal ganz kurz noch nicht. Ich will mich noch ganz kurz noch... Aber hier geht's, glaub ich, sowieso nicht weiter, oder? Ne. Salz haben wir auch genug. Rausgeben wollen wir auch nicht. Also benutzen wir mal die Konsole. Und wir verlassen den Bereich. Zack. Alles okay? Der Schraubenschlüssel. Ich will Paris sehen. Ich will... Alles sehen. Ich weiß nicht, ob das so gut klappen wird. Genau. Es gibt niemanden. Was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Oh, nee. Oh, das war natürlich erste Sahne. Ja. Das Mädchen ist nicht dumm. Na, toll. Warum fliegt er nicht einfach nach Paris? Dann wären wir raus. Oh Gott, wo sind wir denn? Ah, der hat die Koordinaten geändert. Oh, war er... Oh, jetzt lässt die uns noch am Stich. Toll, danke. Oh, du Scheiße. Oh, nein. Auf dem Knast, ey. Daisy, die frische Luft hat geholfen. Der ist wach. So, so. Du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich. Für mich sieht es nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu. Ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, Debit. Die Frage ist... Zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen. Der Reichen. Der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt es einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Oh, nee. Einfach mal aus dem Schiff rausgehauen. Ja, dankeschön. Das wird immer wieder eine tolle Aufgabe hier. Mann, oh Mann. Fink MFG. Ob wir die töten könnten? Ich weiß es gar nicht. Würde es eigentlich gar nicht ausprobieren. Können wir uns ja mal ein bisschen umsehen. Wir liegen gleichzeitig drauf, Herr Mann. Oh, das war aus Versehen. Hallo? Das war wirklich aus Versehen gerade. Oh weia, die Dinger sind gegen mich. Oh, nee ey. Das war ein ganz großer Fehler. Das war ein sehr großer Fehler von mir. Die Dinger können wir anscheinend nicht kaputt machen. Oh, Mann, oh Mann. Ja, das war natürlich sehr schlau von mir. Oh, Mann, oh Mann. Wo habe ich mich nur da wieder reingeritten? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, wo ist das Teil? Wer schießt da? Boom. Ist noch nicht vorbei. Wer schießt denn da? Von wo? Ich seh da niemanden. Oh, nein. Und nicht so ein fettes Teil wieder. Oh, da ist das Teil. Oh, nee. Wow. Oh, weg. Oh, nein, endlich. Mann. Ich hasse diese Teile. Hatte der ja genau. Der hatte eine Gatling-Gun dabei. Mann, oh Mann. Oh, Mann. Ah, guck mal, hier werden diese Automaten produziert. Sehr cool. Oh, Geld liegt hier rum. Ein Lockpick. Oh, Gesundheit, ja. So, noch irgendwas. Oh, nein. Anscheinend nicht. So, Nachla, nicht vergessen. Wir sind bereit für dich. Ah, da hinten. Ah. Salz. So. Von wo? Da hinten, irgendwo. Erwischt man von hier aus gar nicht, Mensch. Ja, Mann, wie soll man die von hier aus erwischen? Wo die da irgendwo rumliegen? Oh, okay.